Die Premiere des Soloprogramms »Was frage ich auch so blöd« von und mit Michael Bauer im vollen Kabarett Niedermeier Anfang Herbst 2023 schrie förmlich nach weiteren Auftrittsterminen. Als neuer Stern am lachenden Himmel über Wien strahlte der auch als Heidelbeer-Hugo bekannte Künstler am 5. Jänner 2024 von der Bühne des großen Stadtsaals an der Maria-Hilfer-Straße. Also ich bin zum ersten Mal mit der Ryanair geflogen und ich komme hin zu diesem Sitz von der Ryanair, schaue mal vor an und sage, ich meine mir ist schon bewusst, dass das jetzt eine Billig-Airline ist und dass da vielleicht ein bisschen knuspriger bestuhlt ist das Ganze. Aber ich meine in den Sitz, wieso ich da reingekomme, ich bin ja nicht die Polly Pocket. Und ich war mir so unsicher, ob man den noch kennt, die Polly Pocket. Ich war mir so unsicher, danke. Und ich habe das dann so probiert, so seitlich, mit Schwung, aber überhaupt keine Chance. Ich habe dann die Herrschaften dahinter gebeten aufzustehen und bin dann von hinten, von oben quasi so wie ein Vanillepudding in meinen Sitz reingeronnen. Das hat dann funktioniert. Also dann bin ich gesessen und natürlich rinnt mir die Suppen runter, schwitzt wie ein Schwein, mal alle drei Lüfte auf mich. So viel Freiheit nehme ich mir raus. Groß war auch der Publikumsandrang. Schließlich kommt der Kabarettist in seinem jüngsten Geniestreich auf Fragen des Menschseins zu sprechen, die aber noch während sie gestellt werden, einen fulminanten Blödsinn als Antwort erwarten lassen. Für Schlussfolgerungen ist also feinstes, humoriges Fingerspitzengefühl gefragt. Daher fragt Michael Bauer manchmal auch nicht mehr blöd, aber meistens kann er es sich einfach nicht verkneifen. Die kommenden Vorstellungen gibt es unter www.heidelbeerhugo.at Dankeschön, wir sehen uns auf OnlyFans. Vielen Dank. Vielen Dank.